Ehrung für Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist am Dienstag als vorbildlicher Ort für barrierefreie Verkehrsinfrastruktur geehrt worden. Der modernste Kreuzungsbahnhof Europas, so der Runde Tisch Barrierefreie Stadt, ist ein Vorzeigebeispiel für den ungehinderten Zugang zum Fern- und Regionalverkehr. Ein blinden Leid- und Orientierungssystem verbindet zum Beispiel alle Ebenen. Außerdem erleichtern Induktionsschleifen im Reisezentrum und an der DB-Information die Kommunikation für Hörgeschädigte.